ola dolos ombres i mujeres i chicos i chicas ich such mir nur einen wolf wieder ins spiel verspreche ich es und wieder habe einen fehler gemacht dass ich nicht genau geschaut habe ich war mit der vermutung habe ich schon recht gehabt wie gesagt nicht mit der engen auge her aber du musst so stark aufpassen ich wusste dass ich die spritzen dann brauche ich habe keine ahnung ich habe echt keine ahnung das ist ein riesen die erlebte mich am abend auf der heide was kind jetzt und 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 Grandfather Noah, now I remember you. Oh, God. You have your memories back. Then you remember that your stupid mother stopped me from sacrificing you and your sister. A sacrifice that could have brought back our savior. Well, God took care of her. He made her pay for her sins. This is all your fault. Did you kill my father, too? The radiation that comes from the sacred placenta is extremely harmful to us, impure and worthless speed. For years, Bertram and his son William after him. With this accomplished, I have no use for him anymore. You will pay for this, Noah. What have you done to my sister? Where is... Your sister is just another tool for me to awaken our savior. Follow me if you want your answers. Hey, wait! Where do you think you're going? Maria is here... Maria is here... Maria is here with the child. I will be in the temple bleiben und die Türe von innen blockieren, um die Mitglieder der Gemeinschaft so lange wie möglich festzuhalten. Sieben Kugeln werden mich nicht lange schützen, aber ich werde dafür sagen, dass jede einen Unterschied macht. Wilhelm, ich bitte dich nicht um Verzeihung, ich verdiene sie nicht, aber wenn ich dich bla 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 bla. Was kommt jetzt, Bunker Eingang, los mich speichern, los mich, los speichern, leg ein Vorpandel hin und los mich speichern. Nagel, ich brauch was schärfes Leute. Ich muss ein wenig schauen, es hilft mir sechs. Ich muss nichts scared, es hilft, es heilt die tie Hof. ich kann etwas platziert ja nix die spritzen hundertprozentig nicht den hammer spritzen die spritzen die spritzen die spritzen die spritzen es passt schlüssel schlüsselkante hernehmen das könnte funktionieren die spritzen 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 die mussten jetzt killen es hilft euch nichts Was ist das? Der ist noch nicht hier Jetzt ist er hier Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bunker 1 2B Wie viel habe ich denn gekriegt? Zähne Das hat sich was mich jetzt interessiert Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der älteren Poster von Er blickte richtig enttäuscht Er nahm drei kleine Endkappen Meinte, dass ich warten solle Und ging 15 Minuten später kann man mit einem vollen Benzinkanister zurück Da muss ja irgendwas zum speichern gehen Nein, das gibt es ja nicht, oder? Ist das der Pfarrer? Was ist das? Was ist das? Ich muss noch mehr aufgehen Weil Da oben bin ich noch nicht ganz fertig Da ist er Ein Rätsel Was ist das? Was ist das? Oh, da ist er Eine Endkappe mit Gewinde Zum Schließen von Rohren Das hilft mir aber auch nichts Weil ich nicht speichern kann Geh weiter he Ich bin ein Rätsel Ich bin ein Rätsel Ich bin ein Rätsel Ich bin ein Rätsel Und schwache Ah Und meine Güte, na, was wird denn dies wieder werden? Wo kommt denn einer? Ich sehe gar nicht mehr, wo es seiner kennt. Da geht's Affe. Da geht's Affe. Das ist geschlossen. Das ist dies geschlossen. Ich weiß schon wieder nicht mehr. Ich bin gespannt, ob es das mich findet. Weißt du, hey... Ach, das kriegen wir schon raus. Normalerweise ist es so geschlossen und horizontal ist geöffnet. Also machen wir da mal auf, es kommt aber nichts. Was wird da eigentlich selbst kommen? Bis zum nächsten Mal. Ja, ich werde das weiterleiten müssen, bis zu einem gewissen Punkt. Da muss ich ansperren, mit dem Muffen wieder zu machen. Ich werde das weiterleiten. Ich werde das weiterleiten müssen, bis zu einem gewissen Punkt ist. So geht's Affe. So geht's Affe. Und da geht's um. Normalerweise, also nach meiner Denkweise, wenn ich da... so mache, dann geht's auf. Entweder geht mir nur so. So. Kann ich denn drinnen noch... Kann ich denn vernichten? Ich will mir zwar schauen. Da kann ich speichern. Da ist nochmal ein Muffen. Einkaufen. Naja... Spiel... Lass mich einfach für dich gehen. Mehr verlang ich nicht. So. Das ist schon mal geil, wenn ich schon mal sprechen kann. Das ist schon mal sehr geil. Das überschreibe ich jetzt nicht mehr. Ich bin Emma. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal geil. Ich bin ein Muffen. Ich bin ein Muffen. Das ist schon mal geil. Was ist das Ort? Was ist das? Was ist das? Ah, das ist ja vorher, dann haben wir doch hier, ich kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, immer, immer.